Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Wie ihr es schon vielleicht seht, Freunde, wenn ich alles richtig eingestellt habe, ich eine neue Kamera. Warte mal, ich mach mal so ein Runzoom-Memisch. Oh, falsche Richtung. Warte. Okay, ich hoffe, das klappt, wenn nicht. Normale Cam, wie immer. Und heute machen wir einen geilen Deathrun, Freunde. Das sind wieder sechs Level, wo wir uns gehen... Nee, fünf oder sechs? Sechs. Wo wir uns ausüben können. Welchen wir mal machen, Freunde. Und mit dabei ist der liebe Kidman Schwartz. Hi, Freunde. Hallo. So, Kidman, du bist Gast, du darfst aussuchen, welchen wir zuerst machen. Wir gehen jetzt in... Aber, aber, guck mal hier. Den haben, sowas haben wir noch nie gemacht. Zehntausend Health. Ein Long Level mit 10.000 Leben. Digga, mit Long keinem wir uns aus, Freunde. Okay. Warte, warte. Ja? Du fängst schon an. Gut, gut, gut. Kidman, ich glaub an dich. Bruder, die schaff ich alle eh nicht. Äh, doch, Digga. Du hast 10.000 Leben, denk dran. Wenn du mal ein bisschen verkackst, kein Problem. Apache hilft dir. Oh. Er läuft einfach durch. Egal, Kidman, du schaffst das. Mann, was ist das für ein Level. Blitze. Oh nein. Egal, ich zieh einfach durch, helft mir. Freund, ich hab das anbrechen. Oh, pass auf. Wie viele Leben hast du verloren? Ich hab nur 400, Digga. Bei mir ist easy. Ich hab 1,2k verloren. Du. Okay, wir warten lieber, bis Kidman auf einen weiter ist. Nein. Oh, man verliert die Damage. Oh, pass auf, Digga. Das heißt, ich darf nicht sterben, Freunde. Ich weiß nicht, wie weit das geht. Okay. Okay. Easy. Okay, dann warten wir kurz auf Kidman. Freunde, das ist alles ein bisschen awkward gerade, weil ich hab zwei Camse. Ich weiß nicht, wo ich reingucken soll, weil ich hab ein bisschen Angst, dass meine normale... Guck einfach mal in die neue Cam, dass meine neue Cam nicht funktioniert und dann bin ich am Arsch. André, guck mal. Und du guckst in die neue Cam, weil es wird zu 90% klappen. Und wenn es nicht klappt, dann wissen die Leute jetzt, warum es nicht geklappt hat. Und es ist nicht schlimm und warum du immer in die falsche Cam guckst. Weil dann musst du einfach weitermachen und ich kann auf Kargen und Junium essen. Freunde, schreibt mal eure Lieblings-Jungium-Sorte in die Kommentare. Das hab ich gebraucht. Auf geht's, Digga. Und jetzt müssen wir Pinball machen, oder was? Ich will nicht... Auf James Bond. Ja, lass mich vor. Ich hoffe, ich triggere die Dinge. Äh, ja. André. Oh, Digga, ich kassiere auch nochmal viel Damage. Oh, shit. Ich weiß nicht, wohin. Ich lauf einfach durch, Freunde. Oh mein Gott. Ich glaub, das ist das Beste. 4.000. Ich glaub, das ist das Beste, wenn ich einfach durchlaufe. Okay, jetzt. Ah, 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 ah. Okay, Kidmeister, ich glaub, du bist tot, Digga. Ich hab gerade 20.000 Leben verloren, oder so. Oh mein Gott. Wie viel Leben hast du noch? Wie viel Leben hast du noch? 2.000. Komm, 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 komm. Bitte. Komm. Kidmeister. Ah, 500. Okay, auf geht's. Oh, pass auf. Ich bin da. Kidmeister ist tot, Digga. Pass auf. Pass auf, Kidmeister ist tot. Okay, Freunde, das machen wir jetzt. Aber das ist einfach hier nur Geduldsspiel, oder? Oh, ich hab 1.000 Leben verloren, oder so. Da hört ihr das hier um, Freunde. Oh mein Gott, ne Zone. Ich muss einfach durchlaufen, Freunde. Ich hab noch genug Leben. Eigentlich sollte ich das schaffen. Ich hab schon wieder in die falsche Cam reingeguckt. Das wird richtig komisch. Aber, Freunde, wenn es ab jetzt klappt, mit der Kamera und ich nicht stuck wär. Ich bin stuck, Digga. Ah, bitte, Mann. Da ist das Ziel, Freunde. Seht ihr, da vorne ist das Ziel. Eigentlich haben wir es geschafft. Wäre es nicht kaputt gewesen. So, okay, schmeif. Schmeif. Ja. Schau mal, hier gibt es noch einen Flying Death Run. Haben wir auch noch nie gemacht. Low Gravity, feiere ich nicht so. High Gravity. Auch noch nie gehört. Und Flash. Flash. Lass den Flying machen. Flying, komm. Ich weiß nicht, ich denke nicht, dass wir alle machen, weil ich hasse Gravity. Ich hasse Gravity über alles. Ja, die Gravity-Kacke machen wir nicht. Die sind unnormal nervig. Höh. Just fly. Hä? Was labert der? Oh. Oh, was? Man kann einfach hier durchfliegen. Fly fast. Fly fast, okay. Ich fliege und siege. Okay, okay. Was geht ab jetzt? Mit Zone. Oh. Geil gemacht, Freunde. Guckt euch das an. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich komme aber nicht durch die Tür. Weil Tür. Was soll ich machen? Tür. Zack. Runter. Hier. Durch. Hoch. Durch die Tür. Freunde. Uff. Dafür will ich 4000 Likes sehen auf dem Video. André. Ja? Wir dürfen schummeln. Okay. Dann bin ich dabei. Wenn ich was sehe mit Schummel. No need to trap bait. Das ist ein chilliger Deathrun. Das ist auch nochmal geil. Okay, doch nicht. Okay, doch nicht. Nein, warum hast du gejinxt, Digga? Das war ultra geil. Und jetzt kommt sowas. Oh, okay. Man muss so 500 IQ lenken. Ich habe es geschafft. Ich drücke den Knopf. Kidnave. Kidnave. Oh. Ich bin. Ich habe es geschafft. Okay, Freunde. Ich habe gerade gesehen. Wenn man alles schafft, dann kommt noch einer dazu. Das heißt, wir müssen alle machen. Dann lasst uns kurz hier den schmerzhaften Low Gravity machen, Freunde. Vielleicht skippe ich noch viel im Video. Weil, ach, ich kann das einfach nicht sehen. Aber vielleicht ist es ja easy. Who knows? Guck mal hier. Vielleicht machen wir das auch alles first try. Also ich. Ich nicht. Du nicht. Nein. Ich habe direkt Karma kassiert, Freunde. Sofort. Ah, okay, okay, okay. Ich glaube, das sollte nicht so sein. Aber es... Was? Wie soll man da denn rüberspringen? Hä? Egal. Das kriegen wir auch noch hin. Keine Sorge. Okay. Auf geht's. Down, sagt er. Oh. Hä? Das war nur Glück, Freunde. Das war wirklich nur Glück. Und jetzt? Einfach hier hoch. Okay. Das ist ja easy. Okay, dann kann ich ja das da eigentlich doch mit reinschneiden. Ich hätte gedacht, wir kriegen jetzt... Ach, nee, Digga. Guck mal, ich sage einmal, das ist ja easy. Dann kommt sowas, Mann. Ich sage einfach nie wieder sowas. Ihre Eltern haben nur André. Ach. Sie haben uns gejinxtet. Unnormal. Oh, komm schon. Oh, er kennt Mev? Geh weg. Andere Blut. Ja, es liegt an seinem Kack-Teddy-Kopf. Ich habe das geschafft, aber... Nee, den nächsten schaffst du nicht. Doch, safe. Guck. Mit Ansage. Oh, geschafft. Jetzt fällt es doch unter. Fast. Hä? Wo müssen wir jetzt hin? Ab, sagt er. Ah, okay. Now it gets fun. Hab's geschafft. Oh, mit Ultra-Gravity, ihr Freunde. Guckt euch das an. Long Jump. Auf geht's. Uh, stylish. Okay, das ist der beste Gravity, den ich bis jetzt hatte. Wenn ich ihn schaffe. Ich habe ihn geschafft und jetzt bin ich hochgesprungen. Jetzt fliege ich erstmal eine halbe Stunde in die Luft. Geil. Muss man jetzt echt in die Luft springen und dann warten, bis man unten ist? Und wenn man es dann nicht schafft, ist man richtig mad. Ja, muss man. Aber wir schaffen das. Hier. Oh, geil. Alles klar. Noch. Ich fliege aber hinterher. Tschüss. Tschüss. Was jetzt? Warum gucke ich eigentlich immer hoch, Freunde, wenn ich nach oben fliege? Ich weiß es nicht. Aber wir haben den Knopf gefunden. Weil das logisch ist? Nein, ich gucke mit meinem echten Kopf mal hoch. Weißt du, wie ich meine? Ach so. Okay, jetzt müssen wir High Gravity machen. Davon gibt es zwölf Level, Digga. Gar keinen Bock drauf. Nein. Tiny Jump. Oh, nee. Bitte nicht. Man muss so Ultra-Momentum-Jumps machen. Cut den einfach aus. Freunde, ich mache so lange keinen Cut, bis ich nicht mehr First-Try mache. Bin tot. Das ist ja egal. Freunde, bis jetzt alles First-Try. Kannst du mir lieber einen Cut machen? Nein. Alles First-Try. Alles First-Try. Auf geht's. Short-Cut. Super Tiny Jump. Er sagt Short-Cut. Er will uns verarschen, Freunde. Habt ihr das gesehen? Okay. Oh. Trotzdem immer noch First-Try. Immer noch First-Try. Bitte nicht. Nein. Okay, Cut bis zum Ende. Mich hat nicht nur der Short-Cut getrollt, sondern auch das Portal darüber. Ich springe ihn die ganze Zeit da hoch, Digga. Und ich trage mich, warum kriege ich den nicht? Nein. Nein. Kid Malf, guck mal hinter dir schnell. Warum? Ah. Kannst du nochmal zurück? Okay, hat sich sowieso nicht mehr gelohnt. Ich hab den Knopf gedrückt, Kid Malf. Haha. Okay, weine. Let's go. Auf geht's. Das ist ja mal der einfachste Speedrun, den ich hier in meinem Leben gesehen habe. Man läuft einfach nur rum. Ja. Okay. Instant Karma existiert. Oh mein Gott, der Boden... Ich weiß nicht, wohin. Der Boden geht kaputt, wenn du drüberläufst. Nein. Oh. Hä? Der wird dann so rot. Schaff ich das denn jetzt noch? Wo bist du denn? Warte, ich komm. Bin auf dem Way. Bin gerade einmal gestorben, deswegen dauert das gerade ein bisschen. Oh, der geht echt kaputt, Freunde. Wie geil. Aber wir haben das natürlich first try gemacht. Wie auch sonst. Nein, eine Tür. Und ich sterbe an diesem Blitzding. Ey, Mann, verarsch mich nicht. Verarsch mich nicht. Das ist nicht möglich. Ich bin einfach gerade gelaufen. Wie mehr Dingsen. Ich geh mal von hinten und go. Es ist nicht möglich. Springen. Springen. Gleich mit 83 Karaten, einem Fünfercoupé. Ich hab's geschafft. Ich drück den Klopf. Ich hab den Klopf gedrückt. Hoffentlich. But I need to do it as well, my brother. No, you don't do that. Kommen Sie. I have to. Oh. That thing has done me worth. Soll ich schon mal den 10.000 Level davon machen? You can go. Go. 10.000 Health davon, meine ich. Go do it, go do it. Okay, ich hab jetzt noch 2,7. Dinger, ich hab hier mehr Leben als vorhin. Warte, warte. Bin gerade wieder am Stucken. Ah, nee. Warum springe ich da? Ich hab den Knopf gedrückt. Ich hab den Knopf gedrückt. Okay. Ich bin wieder am Anfang. Freunde, wir haben jetzt alles gemacht. Da steht Progress. Once they are all lit up. GG. André, wir kriegen kein extra Level. Willst du mich verarschen? Freunde, wenn ich euch einen Lebenstipp geben darf, ja? Geh mal in die Box rein am Ende da. Diese kleine Box. Hört niemals auf André. Okay. Ich geh in die Box rein. Und? Cool. GG. Egal. Freunde, ihr dürft nicht sagen, dass wir nicht zu Ende gemacht haben. Wir haben zu Ende gemacht. Und obwohl wir alles nochmal wiederholen mussten, ein paar Sachen, die ich rausgeschnitten hab, weil ich gestackt bin und verkackt hab. Ja? Wenn's euch gefallen hat, war ein wirklich, wirklich sehr geiler Deathrun. Charlie Brown macht echt immer heftige Dinger, Freunde. Wenn jemand geile Deathruns sucht, gibt Charlie Brown Deathruns ein. So. Wenn's euch gefallen, lasst gerne ein Like da. Checkt. Hitmeif in der Beschreibung ab. Ich weiß gar nicht, in welche Kamera ich jetzt gucke. Links rechts. Mir egal. Wir sehen uns morgen. Ciao. Ciao.